Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe es wirklich gründlich satt, dass Frauen systematisch weiter schlechter bezahlt werden. Es kann nicht sein, dass die Entgeltlücke klein geredet wird, wie das immer wieder passiert, oder dass der Gender Pay Gap verharmlost wird. Ob Frauen nun in sogenannten Frauenberufen strukturell schlechter bezahlt werden oder im gleichen Betrieb für gleiche Arbeit weniger Geld kriegen, es ist schlicht eines, es ist ungerecht. Und nur dann, wenn die Regierung konsequent gegensteuert, bewegt sich was. Jede Entgeltlücke, die größer Null ist, ist ungerecht. Und darum appelliere ich noch mal deutlich an Sie als neue Regierung. Wenn Frauen stillstehen, dann steht die Welt still. Tun Sie also mehr, strengen Sie sich doch endlich mal richtig an für Frauen. Strengen Sie sich wirklich auch mal an für gerechten Lohn und fangen Sie nicht an, alles klein ziseliert immer in die Breite zu reden.